Hi ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Ich bin gerade bei Graunau, und zwar St. Johannes. Der Täufer ist die Kirche hier. Wir haben hier blauer Himmel, richtig schön. Und hier ist die Kirche zu sehen, und hier ist Jesus Christus, Gott, der menschliche Gestalt angenommen haben. Leider machen sehr viele in der Kirche und sagen, das ist der Sohn. Das ist nicht der Sohn, sondern Gott selbst hat menschliche Gestalt angenommen. Schaut mal diese Aura, die dahinter dieser Kirche ist. Guckt mal, wie schön. Das ist die Kirche hier, was man hier sieht, und gleich dahinter die Riesenberge, und hier das richtig schön, was man hier sieht, wirklich wow, phänomenal. Also Kirche hier, Sonne scheint, und der Ausblick ist wirklich phänomenal. Das ist wirklich sehr schön, und die Kirche hat wirklich eine sehr schöne, und unmittelbar ganz hinten ist Zugspitze. Dort kann man dann Hüsten, Ställe in Deutschland, dann auch sieht man auch Schnee. Aber hier ist richtig der Kirchenturm, St. Johannes der Täufer. Und was das Besondere an der ganzen Sache ist, ist mit dieses ganze Kreuz hier zu sehen. Finde ich super. Das ist, glaube ich, auch der einzige Kirche, was man hier sieht, wenn man hier geht. Richtig schön gemacht, richtig positiv. Und das ist die ganze Ausblick von den Kirchen, was man... Es ist wirklich phänomenal, die ganzen Bergen und die ganze, wenn man hier nochmal hier kommt. Ganz hinten, seht ihr den ganzen Berg? Das ist wirklich phänomenal Ausblick hier. St. Johannes der Täufer, der Kirche hier, was man hier sieht. Die Sonne scheint, ist richtig schön. So, ihr Lieben, der Weltfriede kann nur durch Jesus Christus erlangt werden. In diesem Sinne, mein Lieben, das Licht ist das Ziel und nicht die Dunkelheit. Frieden ist das Ziel und nicht Krieg. In diesem Sinne, mein Lieben, dahinter ist Heilige Frau Maria zu sehen und dass Jesus Christus das Bild bleibt. Bleibt immer positiv, mein Lieben. Euer Amin Sade. Ist also, mein Lieben, da hier ist irgendwas, denn das ist das Z結